Hallo und herzlich willkommen bei der Musikakademie Neuhof. In diesem Video geht es auf vielfachen Wunsch um das schwierige Thema vom Blattspiel. Es gibt hier ein paar wertvolle Tipps von mir, also dranbleiben, los geht's. Also zunächst einmal, das vom Blattspiel beruht natürlich auf Erfahrung. Jemand, der erst ein oder zwei Jahre ein Instrument spielt, der wird schwierig vom Blatt spielen können. Meine Schüler, die viele Jahre bei mir sind, also sagen wir mal so acht Jahre, die spielen auch durchaus schon vom Blatt. Dann hängt es natürlich auch immer davon ab, wie schwierig das Stück ist, das man vom Blatt spielen möchte. Ich möchte dir heute aber einmal ein paar Tipps geben, wie man das vielleicht auch mal ein bisschen trainieren kann. Aber Grundvoraussetzung ist schon mal für das Blattspiel, dass man die Noten perfekt lesen kann. Ich blende dir jetzt hier mal ein paar Noten ein und lese die Noten von vorne der Reihe nach und versuch mal bitte, ob du so schnell auch schon die Noten mitlesen kannst. 1, 2, 3, 4 E, E, F, G, E, F, 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 C, H, D, 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 I, F, F, G, H, A, G, F, Ä, G, F, F, G, H, Ä, G, F, F, C, Ä, G, F, 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 H, C. Ja, wenn du die Noten so schnell jetzt noch nicht mitlesen konntest, dann wird das mit dem vom Blattspiel auch noch nicht funktionieren. Aber ich will dir hier mal ein paar Tipps geben, wie man das Notenlesen auch lernen kann oder trainieren kann. Nimm dir doch einfach mal ein Lied vor, das du gerne spielen möchtest oder das du auch schon spielst und versuch die Noten von vorne der Reihe nach zu lesen. Du kannst dir auch die Notennamen unter die Noten schreiben, immer solche Übungen machen, das immer wieder trainieren und irgendwann wirst du die Noten auch flüssig lesen können. Dann sollte man auch die Notenwerte verstehen, also den Rhythmus, wie die Takte gezählt werden. Ja, wir schauen also immer erstmal auch vorne am Anfang hin, welche Taktart haben wir. Wir haben hier einen Viervierteltakt, also immer in jedem Takt vier Grundschläge. Ich will dir mal zeigen, wie diese Takte hier gezählt werden, so die ersten. Ja, also hier würde man ja anfangen mit 1, das ist ja ein Schlag, die Viertelnote. Dann kommt hier die nächste Note auf die 2. Da das eine Achtelnote ist, geht es hier nicht mit der 3 weiter, sondern mit, genau, mit der Zielzeit und, dann kommt hier die nächste Viertelnote auf die 3 und dann haben wir hier die 4. Gibt zusammen vier Schläge. 1, 2 und 3, 4. Im nächsten Takt haben wir eine punktierte Achtelnote, es geht aber immer mit 1 los. Ein Und würde hier dazwischen liegen, das brauche ich aber nicht hinzuschreiben, da ist ja auch kein Ton. Deswegen die nächste, die Sechzehntelnote kommt immer auf die Zielzeit E, ein kurzgesprochenes Ö. 1, 2, als eine Achtelnote ist, die nächste auf die Zielzeit und. Und dann haben wir hier als Schluss die halbe Note. Halbe Note hat zwei Schläge, also 3, 4. Wird der Takt gezählt, 1, 2 und 3, 4. Machen wir hier nochmal weiter. Wieder eine punktierte Achtelnote. 1, 2 und 3, 4 und. 1, 2, 3, 4. Bis dahin erstmal. Also das muss man schon auch genauso beherrschen, wie das Notenlesen, dass man den Rhythmus auch versteht. Ich lese das mal von vorne rhythmisch vor. 1, 2 und 3, 4. 1, 2 und 3, 4. 1, 2 und 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Das Tempo natürlich immer beachten von dem Lied. Dementsprechend schnell oder langsam muss ich hier auch zählen. Nicht ungleichmäßig. Also nicht so zählen. 1, 2 und. 3, 4. 1, 2 und 3, 4. Sondern immer in gleichbleibendem Rhythmus. 1, 2 und 3, 4. 1, 2 und 3, 4. So, dann bei einem meiner Klavierlehrer musste ich mal, immer bevor ich ein Lied angefangen habe, die Fingersätze über jeden Ton schreiben. Große Pianisten schreiben auch Fingersätze über die Noten, markieren sich alles, lernen das natürlich dann auswendig. Aber wenn man so ein Stück sicher arbeitet, schreibt man sich auch schon mal die Fingersätze drüber und markiert sich Halbtöne und so weiter. Das wollen wir mal hier zusammen machen. Da kannst du vielleicht ein bisschen was lernen, wie man auch den richtigen Fingersatz wählt. Also, wir schauen mal die erste Note. Jetzt muss ich mir den Melodieverlauf mal anschauen. Es geht hier ja eher in die Richtung nach oben. Es kommt hier kein Ton, der tiefer ist als das E. Also kann ich schon mal mit dem ersten Finger hier anfangen. Ja, dann ist hier wieder die 1. Das ist dann die 2. Ist ja kein Ton mehr dazwischen. Hier der nächste Ton, die 3. Und das ist wieder die 1. Dann haben wir hier wieder die 2. Die 2. Das ist im Prinzip auch die 2, aber ich will mal so ein bisschen vorausschauen, auch beim Spielen. Hier kommt ja ein C. Das die 2, 3, 4, 5, 6. Dann wäre das der sechste Finger. Also kommen wir da schon mal nicht hin. Müssen wir einen Wechsel machen. Natürlich kann ich hier für die 5 auch dann einfach eine Taste nach oben springen. Aber wenn ich hier dreimal die gleiche Note habe, bietet sich ein Fingerwechsel auf gleicher Taste an. Und das mache ich hier, indem ich einfach auf den ersten Finger gehe. Wenn ich wechseln soll, mache ich mir auch immer so einen Kreis um die Zahl. Dann weiß ich auch noch mal ganz deutlich, da ist ein Wechsel. Dann habe ich hier die 5. Das ist dann die 4. So, und hier haben wir das D. Das wäre die 4, 3, 2, 1. Also komme ich auf jeden Fall da nicht hin. Muss ich hier auch mit der 1 drunter springen. Es kommt auch kein Ton, der tiefer ist als das D. Deswegen den ersten Finger. Hier ein Wechsel. 1, 1, 1, 2, die 3. Da es gleich hier in der nächsten Reihe wieder höher geht, muss ich wieder einen Fingerwechsel machen. Bietet sich hier an. Zweimal der gleiche Ton. Gehe ich eine Taste nach oben. Das F mit dem zweiten Finger. Also 2, 3. Dann komme ich nämlich hier auf das H schön mit dem fünften Finger. 5, 4, 3, 2, 1. Erstmal bis dahin. Ich spiele das jetzt mal vor, dass du auch siehst, was wir da uns erarbeitet haben. Bis dahin. Ja, so kann man das Schritt für Schritt trainieren. Also nimm dir doch mal ein Lied vor. Schreib die Notennamen unten drunter. Lerne die Noten lesen. Lies sie laut der Reihe nach. Schreibe über jeden Ton, über jede Note mal einen Fingersatz. Und schau dann mal, wie weit du damit kommst. Ob das dann immer besser funktioniert mit dem vom Blattspiel. Und berichte mir doch mal bitte auch deine Erfahrungen. Schreib eine Nachricht in die Kommentare. Ich würde mich darüber sehr freuen. Das war es für heute. Ich wünsche dir nun viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Dein Peter Neuhof Dein Peter Neuhof